Und damit ein herzliches Willkommen unter Lutzer Verband, Let's Play Persona 3 Reload. Ich bin Sam Simafix und wie ihr seht, da sind wir in der Schule. Das ist nicht so schön, aber wisst ihr was schön ist? Die neue Super Badass Musik. Beim letzten Mal haben wir mit unseren S-Links weitergemacht. Unter anderem haben wir den von unserer Werte Maiko abgeschlossen. Diese ist nun fortgefahren mit ihrer Mutter und wird uns erstmal nicht treffen. Aber sie hat gesagt, sie wird uns heiraten. Mitsuru darf das niemals erfahren. Auf jeden Fall, liebe Leute, ist es nun wieder Zeit für Schule. Wir werden in diesem Part auch mal wieder in Tater. Das geht aber davor, liebe Leute. Müssen wir erstmal besser hier mit Chiru anbauen. Habe ich denn passende Persona wäre jetzt die bessere Frage? No, sorry. Du warst mit... Gute Frage, was warst du denn? Boah, schau dich an, wie groß unsere Party ist. Ist doch schlenk. Gerechtigkeit. Okay. Gib mir eine Sekunde, Bede. Ich bin sofort wieder da. Lauf, 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 lauf. Relaxed reingehen. So, wieder schöne neue Zwielichfragmente. Wir können sie gut gebrauchen. Und dann rufen wir ganz schnell eine Gerechtigkeitspersone. Passt. brauche ich jetzt aktuell nicht mehr flaus takimitana lina seid kommt der neue herrscherin nar sind also hart unnötige ja gut weg geht eigentlich nur darum dass wir neuen haben lina seid ist eigentlich meine lady leider haben wir sie hier nicht benutzt aber es ist echt eine meiner lieblingspersonen so einfach nur dass wir sie weg haben passt und dann blöd hätte ich kann ich ein gerechtigkeitsding machen nö bin ich nicht so ruf arcana passt danke so ich nicht denn ich muss jetzt hier schnell weg liebe leute sonst rufen sie mich immer an jetzt brauche ich sie mal dass sie mich anrufen dann kommt keiner also klassenzimmer und wer das musik hier anhören und nun liebe leute klappt es doch dass wir den Essling starten das ist nervig mit der Person aus aber man braucht es halt so passt zack ich spend my breaks doing nothing but reading so i think it's about time i bought some new ones oh all of the books on this shelf are only 100 yen each that means i can afford them with my allowance hmm we can go now we can go now i don't really see anything that interests me hmm wait is this it is i've been looking for this collector's edition for forever this is a collection of illustrations from the shoujo manga i read it even has a set of new short stories inside i never thought i'd find this in a used bookstore in the novel section too maybe the shop owner saw the short stories label and made a mistake it's got all three volumes too this is amazing each volume is 6 000 yen that means 18 000 yen total well what should i do of course all three volumes are great the characters are portrayed so realistically it's like they really exist my monthly allowance is 5 000 yen so it's not enough even if i save my lunch money but i'll get it no matter what i just need to wait until next month or the month after or i'll get them by the time i graduate i i need to hide this where no one will see it oh please don't get bought by someone else i really wish i had a bigger allowance but i also don't want to make things hard for me mom hey i saw that you were looking at that waitress weren't you i i'm sorry forgive me i'll do anything you want anything then how about you buy me that bag i was talking about before or else i'm breaking up with you i used to think that money couldn't buy happiness or friends that is until recently oh don't worry i was just talking to myself but i do sort of understand how he feels that man has no confidence in himself that's why he's so desperate to stay on the woman's good side i think i can relate to that feeling he just wants to be with her and matter the cost i can't help but feel like there are so many things in this world that i'll never have well should we get going if i stay here i know i'll just want to go back to the bookstore and look at that illustration collection again oh there he is that does it for a first day back well you two have perfect timing perfect timing for what hey fuka is i guess ready um what do you think this is how i look now huh why is she wearing a school uniform what's going on here she said she wanted to go to school with us so i told the others as a joke but the chairman actually agreed so now she's gonna start as a second year tomorrow seriously he's down with that he said something about studying her behavior in a social environment well if he's cool with it then i guess it's all right besides i'd say it looks pretty good on her maybe even the school camouflage that fuka-san provided is more than appropriate it looks very natural on you no one will suspect a thing but why do you want to go to school it's not like it's interesting as the second semester commences i intend to synchronize my schedule with everyone for maximum efficiency if i remain here on standby it could affect our deployment efficiency to accommodate i requested reassignment alongside our squad leader deployment efficiency huh why do i feel like you being at school would make that even worse i will make any necessary adaptations as the situation evolves uh sure you do that he says i want to go to school too tomorrow no you definitely have to stay here okay bye eine eine frage glaubt ihr ich kann koro maru als maxi tarnen und ich kann dafür den ganzen tag hier daheim chillen ja gute taktik so leute durchschnittstufe 39 wir sind ja okay wir lassen uns auch echt viel zeit aber morgen übermorgen werden wir reingehen also müssen wir sagen muss lieber so so wir gehen jetzt das erstes mal zum berliner einkaufszentrum und werden genau hier ein latschen nur auf blöd aber nix schwarzschwert haben wir hier gutes namenlose katana brauchen wir nicht nie hier klinge kann man nix machen so weil dann kurz mal die ausrüstung schauen bevor wir dann rein latschen genau bei schuhen geht es nur um die schuhe mit zur ruhe ich weiß gar nicht wieso ich fuke ausrüstung eingeben aber okay so regenerieren plus drei ja gut dass er nichts außergewöhnliches kuromaru 30 tp und der regenerieren verdammt das werde ich montag montag hätte man schauen müssen aber ich denke zu rüstungsmäßig wäre ja gut benommenheit widerstehen ist mir sympathischer nein Und, äh, Aegis, verdammt. Gleich Pleite. Können wir noch Schuhe rein? Ah, plus 50 dp sind aber schon näher. Ja, aber gut, die Ausweichrate ist zu gut dafür. Yukari. Da lassen wir es. Und das lassen wir auch. So, mehr will ich gar nicht schauen. Der Rest deprimiert mich nur. Alter, ich versuche hier, euch zu helfen. Und ihr zieht mich so ab. Schlimm, schlimm, schlimm. So, also übrigens, wir haben zwei Leute, die wir finden müssen. Gut, da haben wir noch ein bisschen. Boah, Leute, ich muss gleich wieder arbeiten, theoretisch. Wir müssen echt wieder arbeiten. So, Zeit hier verbringen und Teilzeit noch annehmen. Oder auch nicht. Stimmt, wir haben ja schon alles, jetzt hier nach oben. Dann brauchen wir das nicht. Was haben wir hier heute so? Mut können wir steigern, brauchen wir auch nicht. Dann wird es darauf herauslaufen, dass wir daheim alleine lernen. So, was anderes können wir im Endeffekt eh nicht machen. So, ist er auch mal gut. Ha, Leute, mich hat das gerade so fertig gemacht, was das gekostet hat. Das ist echt so furchtbar. So. Immer ein Wissen ist ein bisschen gesteigert. Das ist einfach viel zu teuer hier. Verstehe, das muss der Tartarus am Tag sein. Gerade ist Schule. Ist viel schlimmer als Tartarus. Alles klar, das speichere ich auf meiner Festplatte. Klasse, wir haben heute noch einen neuen Transferstudenten. Gehe an und introduce dich. Gehe an. Mein Name ist Aegis. Ich bin froh, dass Sie alle treffen. Aegis, so? Ich habe nie gehört, einen Namen so wie das. Vielleicht ist sie ein foreigner. Mal schauen, was ich noch etwas anderes weiß? Hm? Ein Taktisches Wettbewerb? Was? Klar, das ist ein Fehler. Es ist einfach zu zeigen, dass du nicht glaubst, was du liest. Ja, du hast das richtig gemacht. Mal sehen, du kannst du... Um, ist es noch eine Bedeutung? Oh, da ist ein Ort, neben ihm. Okay, auf du geht's. Uh, Frau Toruyumi, jemand schon sitzt da. Er hat gerade heute gebrochen. Das bedeutet, er ist nicht hier. Also, jetzt ist es dein. Okay, du kannst dich. Das Spot ist perfekt. Meine höchste Priorität ist zu sein, dass er mit ihm an alle Zeiten ist. Ich weiß! Was ist es? Uh, Yukari, warum du dich aufst? Uh, warum? Uh... Gut, dass alle zusammenkommen so gut sind. Aber, mach mir ein favor und schau dir das Drama für die Nachklasse. Gib mir ein Geheimnis. Okay. Okay. Da bist du. Ich habe eine Errichtung, ich will dir helfen. Anyway, let's go. You're really starting to piss me off. Things have changed. Sorry, but I'm not taking no for an answer this time. What? This belongs to you. There's a new threat. Persona users just like us. So? That's not my problem. That's not everything. Amada has joined our team. What the hell do you mean? He has the potential and Ikutsuki-san approved it. He's a Persona user now. I don't believe it. Tell me one more thing. Was it his decision to join? Yeah. He came to us. I see. Then, I guess I'll stick around. So, you're in charge now, huh? I got a question for you. What are you fighting for? I see. Well, you do you. You gotta work together either way. My old room's still empty? Yeah. Oh, welcome. Oh, hello. See, it's just right. We have already done the next team. See, it's just a chance to join us. It's just a chance to join us. That's going... ...deutely easier than expected. Um ehrlich zu sein. I thought I'd say. Yeah, good. Akiko redet ja schon seit 100 Jahren auf ihn ein. Also, jo. Hauptsache, er hat's geschafft. Also, liebe Leute. Wir spielen wieder Yuridyanza. Zockern hier wieder ein bisschen. Steig, Wissen. Steig. Und Leute, ich glaube, ich kann jetzt langsam mit mir weglaufen, weil wir haben nur noch zu zwei Tage. Also, ich glaube, langsam muss ich doch mal hier in den Tartarus, oder? So, eine neue verschwundene Person, das heißt Perfekto. Guten Morgen. Eine Nachrichtenmeldung zufolge steigt die Zahl der Fälle kurz vor dem Vollmond an. Sieht aus, es gäbe es mehrere Fälle in den letzten Monaten. So hoch war die Zahl noch nie. Aha. Was willst du mir jetzt sagen? Wir müssen etwas unternehmen. Der Grund für den Anstieg kenne ich nicht. Wir müssen einfach immer was unternehmen. Dann wollen wir alle sagen, Maxi, wieso wirst du heute nicht auf Tartarus? Wird das nicht ein bisschen eng? Äh, Aegis, wieso machtest du mich so krass? Keine Sorge. Wir beide werden jetzt immer zusammen sein, Maxi. Sie sieht noch lange nicht, äh, geht lange nicht als Mensch durch. Sie hat noch keinen Sinn für gefühlt Gespräche. Wenn ihr das gelingt, könnt ihr die Bindung mit ihr eingehen. Lauf! Wir werden für immer zusammen sein, Maxi. Leute, aber apropos immer zusammen sein, seht ihr, was ich sehe? Sehe ich, dass man den guten Tag hier inzwischen mit mir sprechen will? Ach, scheppern, können wir bitte da reden. Heißt das, wir können ein Essling mit Tag hier machen? Oh, mein Charme flößt, du kann ich vertrauen? Oh, nein, das ist natürlich! Hey, so, um, never mind, just forget about it. I guess saying that only makes you more curious, huh? Yeah, I'm not surprised. Sorry about that. So, you might have forgotten all about this, and it's totally fine if you did. But when we were at Yakushima, I said some stupid things. And I just wanted to say I'm sorry. It's been on my mind this whole time. You know, I always felt like I wanted to just be normal. I wanted to have a family like all the other kids. Mom and dad to come home, too. Why do we have to be different? Why us? Oh, sorry. I didn't mean to lump the two of us together. But I feel like you understand, and have been looking out for me. At least that's what I think. Is that just wishful thinking? That's how I really feel, though. I am Thou. Thou art I. Thou hast established a new bond. Thou shalt have our blessing when Thou choosest to create a persona of the Loves Arcana. It's getting cold. Let's go home. Hey. I've been thinking about Shinjiro Aragaki. I've been here before. I've been here for a long time. 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 Ah, tomorrow we have a full wind. Yeah. All right. I would like to talk about Shinjiro. I don't know what the guy is. Der Vormund steht vor der Tür. Sieh zu, dass du den Angespan geschmiedet hast. Wenn du noch nicht so weit bist, solltest du dich vorerst bei Shinjiro verlassen. Er hat schon einen ganz schönen kräftigen Arm. Ach ja, nicht auf jeden. Ich bin nicht besonders. Jetzt will ich mal wissen, welches Level er hat. Das ist über uns. Leute, wir sind unterlevelt. Das heißt, liebe Leute, wir haben unseren ganzen T-Span 2 Tage. Das heißt, als allererstes gehen wir wieder zu meiner guten Wahrsagerin. Ähm, jo. Genau. Zack. Wir haben dann noch ganz relaxed 2 Tage. Und genau, mehr goldene Gegner kommen. Wir haben Ausrüstung gekauft. Deswegen bin ich ja schon wieder pleite. Und liebe Leute, ihr wisst, was das nun heißt. Ich bin jetzt hier gerade voll motiviert, weil ich jetzt hier mit Take-Bahn-S-Link beginnen konnte. Sparen wir nur nochmal hier unten. Und das heißt, für den Tartarus. Ich bin ja schon wieder dringend. Ich bin ja schon wieder dringend. Ich weiß nicht, ob er wirklich versteht, was wir machen. Ja, wer weiß. Hey, Koromaru! Also, was ist das? Huh? Nichts. Er sagte, Resolve ist gezeigt durch die Aktion. Was? Er ist nur ein Pferd! Was ein Pferd! Du bist der coolste Pferd! Um, Entschuldigung. Willst du mich als Mitglied in der heutigen Pferde? Ich möchte in viele Bezüge und verwendet mich an meine Persona. Ich habe keine Worte für das tun. Aber ich möchte, was ich kann. Also, ich möchte, was ich kann. Also, um, ich würde sehr dankbar, wenn du mich mit dir kommen kannst. mit dir! Hey. So, du bist derjenige, die die Begründung der Begründung ist. Ich will zurück in die Sprengung der Dinge so schnell wie möglich. Du verstehst, was ich zu sagen, richtig? Okay. Dieses Ort ist nur so schrecklich wie ich erinnere mich. Na, ich bin hier, wenn du mich brauchst. Stimmt, ich wollte dir noch etwas sagen. Koro-Chan hat anscheinend sogar zwei Chirurgien. Der Vorsitzende hat festgestellt, indem er sein Potenzial erforscht hat. Wir wissen nicht genau, warum das der Fall ist, aber er ist definitiv gut, ihn auf unserer Seite zu haben. Behalte das bitte einfach im Kopf. Wenn du deine Gruppe zusammenstellst, das ist alles. Leute, wir haben viel zu viele Charaktere und ich habe keine Ahnung, wer die mitnehmen soll. Also, Yukari ist wichtig systemically, was er heilen kann. Boah, und dann wird es schon schwer. Ich würde gerne meinen Boy-Aki... Ne, okay, warte mal. Wir werden jetzt mal die neuen mitnehmen. Shinjiru und, äh... Ne, Karomaru. Was haben die eigentlich mal so drauf? Kann ich mir das mal anschauen? Ah, Skills. Sehe ich natürlich auch wunderschön. Ich warte mal. Werte. Okay, physischer Charakter. Okay. Das gibt doch gar nicht schwächen. Cool. Was hast du hier drauf? Finsternis. Und Feuer, okay. Gute Mischung. Und hier Lichtblitz. Alter, Leute. Also, wir haben meines Erachtens viel zu viele Mitglieder. Aber es ist geil, dass die hier sich untereinander so... Also, dass nicht jeder ein Archetyp ist. So oder so, Leute. Wir machen jetzt erstmal einen kleinen Cut. Ich werde jetzt, äh... Dann beim nächsten Mal mit euch hier den Tatrasser forschen. Und dann schauen wir mal, was unsere neuen Mitglieder hier so drauf haben. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.